Ich werde oft gefragt, habt ihr Investmentbanker eigentlich irgendwas dazugelernt? Wir bei der Commerzbank haben als erste Großbank Deutschlands etwas verändert. Wir haben schon vor Jahren Schluss gemacht mit spekulativen Eigengeschäft. Was für uns zählt, ist der Erfolg der Kunden, der Unternehmen und das, was sie stark macht. Einfacher Zugang zu den Kapitalmärkten, die Absicherung gegen Risiken und eine Bank, die für ihre Kunden auch eigenes Kapital einsetzt. Und dann, und nur so, fühlt sich Investmentbanking auf einmal sehr richtig an. Commerzbank. Die Bank an ihrer Seite.